Habt ihr vielleicht nicht alle Lackierungen oder geilen Boosts in Rocket League? Schaut gerne dieses Video. Mit diesem Video werdet ihr sehen, ihr werdet jeden Boost haben können. Jede Lackierung, jeder Reifen, Tor-Animation, alles werdet ihr haben können. Schaut dieses Video, ich werde euch Schritt für Schritt erklären, wie ihr das macht. Und zwar ist es ein Programm, das ihr runterladen müsst. Und hier kommt es zum Tutorial. So, von jetzt handelt es sich nichts weiteres als der gute alte Buggersmooth. So, diese Seite werde ich euch in der Beschreibung verlinken. Hier kannst du mal downloaden, also hier draufklicken, dann lädt es runter. Dann kommt so eine ZIP-Datei. Da klickt ihr einfach die Anwendung an, doppelklicken und dann ausführen. Und bestätigt einfach alles, was kommt. Und dann sagt es, dass es alles, was mit Rocket League zu tun hat, schließen wird. Ist das okay, ja, das kann ich gerne schließen. Und dann einfach alles durchskippen. Einfach installieren, dann habt ihr es auch hier auf dem Desktop. Jetzt kommt hier ein Antivirus, aber brauchen wir nicht. Und dann finde ich auch schon ein Update, aber egal, wir machen mal, ja. So, und jetzt steht hier, waiting for user to start Rocket League. So, und jetzt startet hier Rocket League einfach ganz normal, wie es sonst immer macht. Und dann ändert sich hier, und da steht, press F2 ingame for options. Dann müsst ihr ingame einfach F2 klicken, und dann kommt das Menü sozusagen, und dann, ich zeige euch mal kurz hin, Rocket League. F2, und dann seht ihr schon, ihr habt alles. Hier könnt ihr auch trainieren, übrigens, so, solche Sachen, automatisch say GG, oder irgendwelche Scheiße. Es gibt wirklich vieles hier, so, 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 so vieles. Und wenn ihr die Lackierungen wollt, geht ihr zu Items, und dann enable item mods, so. Und dann könnt ihr die, könnt ihr alles wählen, hier. Seht ihr schon, es ändert sich dahinter schon alles. Also ich kann wirklich alles, alles wählen. Ich nehme jetzt mal zum Beispiel, Lösungsbild hier, ich liebe die Lackierung. Wheels, ich kann auch eingeben, zum Beispiel, ich will jetzt mal die Alpha, gibt's die? Goldstein Alpha. Das sind die schönsten Räder, meiner Meinung nach, in Rocket League. Wird ich die schönsten Räder. Boost, könnt ihr auch Alpha nehmen, Goldrausch, ist auch schon. Antennen und so, braucht ihr nicht, Engine Audio. Gold Explosion, könnt ihr auch sogar wählen. Also ihr könnt wirklich alles, alles wählen, was es in Rocket League überhaupt jemals gab. So. Dann könnt ihr hier einfach schließen, zack. Dann könnt ihr euren Controller verbinden, ganz normal, wie immer. Und ihr seht, ihr könnt euch ganz normal bewegen, ganz normal. Jetzt gehen wir mal ins Training rein. Ihr seht, das Auto ist da. Ihr hört, Boost ist auch da. Es gibt euch keinen Vorteil, irgendwie jetzt, wie soll ich sagen, es gibt hier keinen Spielvorteil. Also du kannst dich jetzt irgendwie besser fliegen oder so. Seht ihr, Toy Animation hatte ich gar nicht. Hab ich gar nicht auf diesem Account. So, das heißt, die Lackierungen, also die Gegner sehen die Lackierung, die ich ohne den Buggismod hätte. Also, das ist einfach mal ein ganz normales blaues Auto einfach. Ohne die Rede, ohne den Boost, einfach ohne gar nichts. Hier bleibt alles ganz normal. Also alles, was du im Buggismod auch scheiße reingetan hast, bleibt hier auch. Schade, dass die Gegner das nicht sehen. Das ist aber zu kraft gewesen, wirklich, dass wir eins nach scheiße, zu viel gewesen. So, Freunde, ihr habt gesehen, wie das funktioniert. Probiert es gerne aus, es ist wirklich gut, so habt ihr alles, alles, alles in Rocket League. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Passt auf euch, Schau, Freunde. Wir sehen uns beim nächsten Video. Haut rein. Schau, Freunde.